hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu fiesta online heute mal wieder auf einer ganz neuen karte und zwar auf dem schaffort platz hier haben wir jetzt auch endlich mal ein paar quests ja wie ihr sehen könnt mal wieder was ganz anderes bis jetzt immer nur durch gerannt um nach uro zu kommen und jetzt klopfen wir uns hier durch ach auch immer noch im dreier gespannt das eine aufnahme session ist genau dann würde ich sagen guck mal von dem einen brauchen wir schon vier quests alleine und zweimal die gleiche sogar also einmal fünf und einmal zehn hkans die haben viel energie da leid noch meine hallo wo steht es dass das deine ist steht auf der stirn kannst du nicht lesen ich nehme mir alles doch da lebt noch was noch was ich sehe gerade gar nichts durch blaue haut du da leid noch mal da ist noch brusthaar gewesen so du hast noch eins wunderbar komm da gehen wir gleich da gehen wir am besten hier rüber weil da können wir gleich beides auf einmal machen die brusthaare und die haarkarts ich pull ihr kloppt ok das geht doch mit viel betäubung geht das schon wahnsinn dass wir schon level 50 sind irgendwo also meine haare sind fertig meine haare sind fertig ja meine auch wir finden das eine da oben also mir fehlen nur noch die die alonen und die 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 haut wir fehlen nur noch die kohls und die auger geschwächte auger da liegt da hat eure haut geschwächte auger brauche ich nicht mehr ich brauche nur noch die normalen fünf stück eigentlich kann man ja dann von der ratte weg gehen so vom prinzip her genau so hallo habe ich achte job 7 komm mal da liegt noch eins ich habe alle und noch auf na tschuldigung ich bin ein bisschen krank deswegen bin ich ein bisschen stiller also nicht wundern aber ich wollte jetzt nicht darauf verzichten eine folge rauszubringen oder 2 nun kommen wir gehen das wollen ja gleich wieder ich habe doch gesagt wir könnten wieder hier rüber laufen ja das ist immer und m die der KG da hat es nicht so ich ach so und so sie wieder mehr als die ist ja von allein gekommen ich kann ja nichts zu scheiß Ratte Viecher ich habe mal geguckt ob es bei euch im Keller rumrennen ja wir haben keine Ratte im Keller wir haben ja ich habe gerade gesagt bei uns Rennen kennen und das ist meistens der Fall so aber ihr wohnt ja auch in einem Wald nicht unbedingt Sekunde ganz kurz ach geh aus da musste ich doch kurz husten Entschuldigung nicht unbedingt aber ich sterbe am Wald nicht unbedingt am Wald bis zum Wald sind es Kilometer echt so weit? ja ja gut es haben wir auch einen Kilometer zum Wald also ich wäre da fertig ich brauche immer noch die Haut ah da unterliegt doch oder nicht? nein hat da nicht eben gelegen? ja aber ich brauche noch vier äh zwei ui jetzt brauche ich nur noch eine oh mir ist so heiß hier oben Moment hier oben Jupp, ich komm ich lasse die Jenny die Rad machen oh dann hat er danke bitte so her, kriegst du die Ratte so was brauche ich hier ich brauche noch Königkoll und fünf Oger ja ich auch er braucht noch die geschwächten Oger gehe ich davor aus ja kein Problem die sind ja auch richtig leicht ah ja gehen wir mal gleich um die Kurve und das sind die hier schon Entschuldigung hier liegt noch eine Haut wo denn? hier ach ich brauche aber keine mehr oh ich gebe doch gerade mal noch bei dem ab ach ich hab die Lustige denn zu kämpfen ich gehe jetzt einfach mal weiter ich gebe mal dahinter die Quest noch ab was für Quest? wir hier hinten bei dem Polmann beim Polmann? ah ja ok was ist das, kann man nämlich auch eine neue annehmen? nein ich verstehe was ist auch stimmt nö ich weiß nicht, ich muss hier noch annehmen wunderbar was hier ist denn meine Fähigkeiten da gerade nett ich hab keine Ahnung, vielleicht zu wenig empfehlen nö, ein Geschmack oder du triffst es einfach bloß mal wieder ah, ich hab den dummen Wächter da noch angehen ach so, ich nenne ich muss noch andere mit oder das Ende Quest ja wo bist du gerade weil dann würde ich die geschwächten Oger auf dich ziehen weil hier vorne steht äh, ja, da war nix mitziehen, ne? ne, ich hab den ja auch nicht mitgenommen absichtlich äh oh stimmt, irgendwie ist hier voll, äh mh naja, gut, ich hab's jetzt auch zum Code ja, ist egal, er kriegt ja wenigstens seine Quest mit den Oger weil wenn er die Quest gleich abgibt, kann er gleich die geschwächte, äh, die ja, genau so, wer kann noch was nennen? äh, ich hab noch Platz im Winter brauchst du Fluchabwehr Treffsicherheit Treffsicherheit Verteidigung Treffsicherheit kannst du mal geben, aber Fluchabwehr kannst du wegschmeißen, das brauch ich nicht ich brauch ja keine Treffsicherheit, gell mhm, kannst du auch nehmen, aber ich brauchst du nicht das sind aber TNs, ne? ja, ist mir wurscht Alter, wie viel hast du denn von dem Zeug? viel ach, du bist ja furchtbar merci nee haha mhm? so, hab die Oger gut weißt du, meine Schatz, das verkwasselt ich mein, hier, äh, 78 mal das Zeug zu haben, ne? hast du die Quest angenommen mit den Ogern? hm hm muss ich jetzt noch ah, ok ich wollte nämlich gerade eben schon den großen Ogern angreifen, deswegen Glückwunsch, Schatzi so, ich muss doch da hinabgeben ja, wie hast du das jetzt gemacht? ich bin gerade im Quest abgeben ach, ja, so mal zwischendrin, gute Idee, könnten wir eigentlich auch mal machen ja, ich hab gern, weil es so viele eben waren mhm vormatoren doppelt und dann noch einmal ja, hast du ja recht können wir direkt nochmal so, und dann so, und dann haben wir schon fast wieder ein neues Level ich hab schon fast 52, ne? soll ich jetzt mal abgeben? na ja, wenn ich schon abgeben habe ist die Oger Quest wiederholbar? siehst du, nämlich Hakan können wir nochmal machen mhm oh, ich hab mal mhm mhm so, jetzt kann ich ein bisschen auf Dorfbewohner machen ja, eben, ne? mhm 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 nee, ähm, kann ich kurz auf älter? warum? mhm schau mein Level schau meins ah äh, ja, das darfst du sogar sehr gerne darf ich, ja? ja, du darfst ja, du gleich wieder ach so, Kitten? ja naja mhm hab ich irgendeine coole Fähigkeit ab Level 51 nö Nova ist erst ab 60, gell? ja toll, ich hab noch zwei Quests abgeben abzugeben und dann muss ich nach Elde das ist voll blöd warum? ich will Nova ich will ne fette Attacke ich will ne fette Attacke sowas richtig fettes will ich dann brauchst du mich ich wollt grad sagen Eki ich werf dich einfach als Moll und dann passt das dann hab ich ne fette Attacke ey, das leid ist bei mir übern das leid ist bei mir übern das leid ist bei mir übern Boden so muss sein warte, ich mach mal ein Bild ich muss mal ein Bild davon machen hm warte, so warte, stehbleib genau so stehbleibe wischt was? wenn man doch grad so schön stehen kann ich ja was drück nochmal A A? ja, gut, warte, warte warte, du musst warte, bleib mal einfach stehen ja, was jetzt? bleib mal stehen ich dreh die Kamera so, damit man das genau sieht mhm ich mach ein Bild davon ja, dann mach doch ja hab mal ein Bild davon gemacht cool weil ich will ja eigentlich auch Kündigungen machen für? für ein neues Let's Play von mir ein neues, altes altes, neuesten ja, es ist zwar ich weiß zwar nicht wo ich sonst Werbung machen kann aber wo kann man besser Werbung machen als in seinen eigenen Let's Plays, ne? so, ich muss das Bild noch später dir zeige halt die Gursch weil bald kommt nämlich ein neues Day-Sea-Let's Play von mir und da spiel ich mit einer größeren Gruppe zusammen darf ich erfahren, wie sie heißen? ja darf ich wissen, wie die Gruppe heißt? die Gruppe? ja also im Augenblick heißt die Gruppe Jahresabschluss-Essen aber die heißt eigentlich ziemlich täglich anders da oder wir hießen auch schon äh Geronimo Röder oder äh ähm die Waschlappen oder ne das wird sogar zuerst passen ich geb' da gleich einmal, ne? ne 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 das ist so ne das ist so Grupp von von mir aus ne mein Freundes Grupp da sind verschiedene Zocker drin wir tun uns gegenseitig ein bisschen unter anderem auch mit Bracalone wohlgemerkt der ist aber auch mit dabei äh du da bist du noch zu jung für die Sachen die da alles kommen bist du einfach noch zu jung aha darf ich vorstellen? du darfst ja ah jetzt kann sie kiten jetzt können wir uns ne Stunde lang hinten dran jetzt müsste er das eine Stunde lang ertragen ne wir hängen uns da jetzt drauf machen da jetzt eine Folge und die Jenny rennt einfach jetzt durch und macht da genau äh Schatzi du stirbst nein das macht kein doch deine Energie ist ganz tief und jetzt kann ich hab's jetzt schon angehungen jetzt darfst du so jetzt darfst du so einmal durch den Schafrottplatz bitte durch und äh die König Call am besten und am liebsten also ich hab mich dran gehungen und du? ja ich häng auch auf los renn ich muss noch die neuen Quests wieder annehmen ach genau äh ja ich hab mich extra beeilter ich glaub wieder doof bin ich guck mal ob ich Sprinten hab ne hab ich nicht oh wir haben äh guter deal geschwächter Ogre jetzt mhm ja deswegen sag ich halt renn mal ein bisschen durch und dann passt die Sache aber ich hab ihn zwar jetzt schon voll ausgeskillt aber ich glaub fesselnder Dunkelheit trotzdem noch mein Gebiet ja das macht nix das ist am Anfang ja auch so ich mein meine Fähigkeit Magie Detonation ist ja auch noch nicht wirklich aus also noch nicht fertig weißt ja da ist mein mein stehender Flächenschaden glaub stärker aber ja aber den kannst du schneller einsetzen den jetzigen weißt den kannst du erstens schneller einsetzen und zweitens äh während dem Laufen ja ja ich weiß ich weiß so hast du jetzt bald äh Moment also ich hab's doch schon alle angenommen Mützens Vergeltung also ich hab's jetzt schon alle angenommen ja ich ach ich warte bloß auf die Frater wo da rumsteht ach die kann ich nicht annehmen die tippt die tippt die jetzt hab ich ihn jetzt ich weiß es nicht Mützens Vergeltung geht noch hast du zu viele Quests vielleicht nö wiederholbar mhm so toll naja gut okay also was habt ihr da jetzt ja ich nehme noch den Oga anzulter und schätzt hat Prozent einfach durch die durch die Schaffer Platz gehen keinen wir wollen doch den Leuten mal deine Fähigkeit zeigen Moment da muss ich mir das aber noch umlegen weil noch ab ist blöd Prozent um wo mach ich das Screenshots einstellen spielen ach bis wir das fertig sind tue ich noch schnell ein paar Quests annehmen wo mit Oga zu tun Du meinst Shortcuts Jaja Screenshot ist ja das Bild ne ich hab mir jetzt Screenshots hab ich Screenshots kurz da ja ich hab's sogar in der Aufnahme oh he he was hast du jetzt durchgezogen hm hast du dich mal durchgezogen hm ja ja ein bisschen Stoff weißt schon aha ein bisschen am Stoff geschnuppert Schatz kannst du mir helfen ach bist du goldisch ich krieg's wieder net hin ok ist kein Problem geh mal auf Shortcuts ja so und dann ähm gehst du auf Ach hier jetzt jetzt hab ich's ganz rechts ja dann suchst du dir aus auf was du es haben willst zum Beispiel legst du dir auf F auf F dann gehst du jetzt da hin und nimmst dir irgendein Fach das du nicht besetzt hast ne mhm und drückst dann dementsprechend Eki du könntest mir ruhig helfen bei dem Oga ne ach so der ist ja eh schon tot ähm ist jeder fertig sind es ist noch was ja ne ne Eki pass mal du kurz auf ich geh mal kurz einen Cut und stell dir alles ein so da sind wir auch schon wieder jetzt haben wir mal alles eingestellt ich hab ihr das kurz mal gezeigt und jetzt geht's ne jetzt soll das funktionieren ja jetzt funzt's eigentlich ist die Folge jetzt eh in 2-3 Minuten rum aber wir hängen da jetzt einfach mal so 2-3 Minuten dran ähm weil wir das ja noch zeigen wollten die Fähigkeit also würd ich sagen los lauf gut in die falsche Richtung Eki halt warte mal auf Eki Eki hängt nicht hinten dran glaub ich doch doch wunderbar okay dann los Eki wie ist du grade? ja hat er doch gesagt Eki du bist furchtbar ja was braucht man überhaupt? geschwächter Ogre König Kohl und äh ja ah dann lauf ich grad mal hin ja genau Hakan Kohl Hakan's braun wir auch noch das ist jetzt aber scheiß jetzt kann ich nämlich die ganzen Sachen nicht aufnehmen das ist egal mach ich auch nicht dann auf dem Rückweg ja das kann man auf dem Rückweg jetzt auch nicht aufheben es geht mir jetzt halt eher so um die Sachen so König Kohl geschwächter Ogre wie praktisch die Fähigkeit doch ist wie sehr ich doch Jäger liebe ja aber auch erst ab dem Level muss ich sagen Jäger sind eigentlich erst zu gebrauchen Entschuldigung wenn ich das sag jeder Jäger wird jetzt angepisst sein aber die sind eigentlich erst zu gebrauchen wenn wenn man die äh wenn man die Kite Fähigkeit hat aber wir müssten vielleicht doch wieder zurück laufen weil ich hab nämlich grad gesehen gut wir brauchen nur Sachen zum Sammeln jaa ein Keuler ah dann nehm ich doch amulopar Schatzi lauf weiter lauf weiter lauf weiter du stirbst ja ja ich hab doch amulopar genommen ich hebe meine Steu ich hol mir die Keulen ich drück da einfach auf Sammeln hab ich gar nicht ich muss immer wieder stehen bleiben das ist nicht du mal ist so ein Renner so egal ihr könnt weiterrennen ah ja sammeln sammeln wir mal geschwind ein jo ich hab jetzt gesagt äh geschwächter Ogre bin ich fertig Hakan Keule brauche ich nur noch eine und Stäbe Hakan Keule brauche ich nur noch 3 Stäbeleiter Stäbe und ich sag brauche ich nur noch 3 Stäbe brauche ich überhaupt keine das ist gut ich brauche nur noch eine Keule König Kroll brauchen wir gar nicht doch 10 ich kriege die wieder nicht angezeigt ich teste König Krolls B keine Ahnung was ist das König Krolls B ich gucke ich gucke ich gucke in der Questliste doch doch ach ach ja brauch ich auch welche ja auch 15 stück ne aber ich würde sagen die machen wir dann sowieso erstmal in der nächsten Folge ok weil die Folge ist ja eigentlich schon rum ne ja ich meine das mit dem Cut ist jetzt zwar ein bisschen blöd gelaufen aber wenn es nicht ging ging es halt nicht ne ich guck grad ok dann würde ich sagen tschüss bis zur nächsten Folge tschüss ich gucke ich gucke ich gucke